So Leute, es ist soweit. Die Action Days 2024 stehen vor der Tür und dieses Jahr haben wir wieder einen Range Day vorbereitet. Und was euch genau auf diesem Range Day erwarten wird, das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Dieses Jahr haben wir zwei verschiedene Range Day Arten für euch vorbereitet. Einmal haben wir hier den Rifle Range Day, wo man verschiedene Waffensysteme im Bereich Long Rifle 22LR bis 408 JTAC ausprobieren kann, der leistungsstarken Long Range Patrone. Und hier habt ihr die Möglichkeit, wirklich alles einmal durchzutesten. Ob es jetzt ein AUG ist oder ein AR-15 oder vielleicht etwas sehr exotisches wie ein Victrix Pugio, der sehr kurzen, kompakten Präzisionswaffe der italienischen Fallschirmjäger. Für jeden was dabei. Und dann gibt es auch noch ein Special beim Rifle Range Day, nämlich 500 MW Magnum, der leistungsstarken Revolverpatrone, die wirklich das stärkste serienmäßige Handfeuerwaffenkaliber ist, dass es so gibt. Also super spannend. Und den zweiten Range Day gibt es jetzt hier. Hier haben wir jetzt den zweiten Range Day und zwar den Handgun Range Day. Wie der Name schon sagt, geht es hier um das Thema Faustfeuerwaffen. Und da gibt es auch eine sehr große Auswahl an verschiedenen Systemen. Und wenn ihr schon immer mal zwischen CZ, Walter, Kenick, Glock, Sig Sauer die Systeme probieren wolltet, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier das an diesem Handgun Range Day auszuprobieren. Wir haben unterschiedliche Systeme verschiedenster Hersteller aufbereitet. Es gibt um die 20 verschiedene Faustfeuerwaffensysteme, wo wirklich alles dabei ist, bis hin zur sehr exotischen und wirklich sehr coolen Laugo Arms Innenpistole. Die könnt ihr auch auf dem Range Day ausprobieren. Und zudem gibt es jetzt auch noch hier diese Art von Waffe. Pistol, Caliber, Carbens, Pistolen, Kaliber, Karabiner in unterschiedlichen Ausführungen. Wir haben hier auch eine Auswahl an diversesten Systemen vorbereitet, wo ihr dann auch nochmal da den Unterschied testen könnt zwischen verschiedensten Systemen. Und da ist dann natürlich auch zum Thema Faustfeuerwaffen der passende Karabiner auch dabei. Also da ist auch einiges vorbereitet und das ist hier auf dem Handgun Range Day möglich. Tickets für den Range Day oder für die Range Days gibt es jetzt schon live. Die sind unter www.austriaarms.com Action Day 2024 zu finden. Da könnt ihr euch die Tickets ansehen. Nicht zu lange warten. Die Tickets sind begrenzt verfügbar, deshalb schnell sein und euch noch eins sichern. Beim Ticket ist dabei die gesamte Munition für den Range Day plus Shuttle Service zum Skistand. Das heißt, ihr kommt vorbei, werdet zum Skistand gebracht, werdet dort abgeholt. Es gibt Snacks und Getränke dabei. Ein Komplett Package. Und für diejenigen, die nicht auf den Range Day gehen wollen, die Action Day 2024 sind dieses Jahr in einem vollen Umfang noch größer geworden. Wir haben über 30 verschiedene Aussteller und insgesamt fast 70 verschiedene Hersteller, die dort von den Firmen vertreten werden. Also wirklich alles dabei, breit gefächert. Ich freue mich schon sehr auf die Veranstaltung. Ich freue mich auf euch. Schaut vorbei. Action Day 2024 hier in Deutsch-Wagram auf unserem Firmenareal vom 23. bis zum 25. Mai, eben Donnerstag bis Samstag. Und wir eine super lässige Veranstaltung, größer als je zuvor, die Action Day 2024. 是 auf dem Hang-S голос inst mutieren. Ja, wir sind nicht billions dies Af aired. Doch, ich loophole dich nicht abgeholt. Ei, Brasilien in 2020. Das muss jetzt mal probieren. Ja, Windows aber hier galax. Ja, da.